Moin heisst Mia von GeeksLive Luxemburg und wir sind heim am Renni. Moin. Wie geht's dir aus? Mir geht gut, selber. Ja, auch relativ gut. Wie gefällt das Lux-Contest dir dann? Tipptopp. Wie gesagt, da sollen die dritte gehen, die schon dabei sind. Vielleicht keine uns, aber es geht immer mehr groß. Also die jungen, die gehen sind schon wirklich an zwei Jahren. Das fand ich impressionant. Wirklich schlott. Moin, cool. Wie gefällt dir das dir dann besser als letztes Jahr? Besser? Ja, besser. Können wir mehr groß. Wir können immer mehr groß. Wir können immens viel Cosplay da rumlaufen. Weil doch flot ist, auch für die Leute. Wie gesagt, das Zweck von der Seras. Dogenisation als Top. Und dann wie gesagt, ein neues Zelt, wie groß ist. Das nächste zu neu auszusetzen. Und glaubst du, dass du auch irgendwie mal im Programm involviert? Äh, wie gesagt, ich vergesst da. Weil ich meinen Custom hat von der 501st von Star Wars. Weil ich heute schon gemittlich an meinen Jungen hier, für zu gucken. Und ansonsten, wie gesagt, das Logo. Da hatte ich schon die große Ehe. Eine Chance, dass ich den malen kommt. Dann habe ich das einfach schon mal ein bisschen, ein kleiner Teil von mir, den ich dazu beidraue. Alljahrs rum, das neu zu sehen. Und wie lange hast du dann für das Dior von diesem? Also das Logo von diesem Jahr gebraucht? Nein, das ist ja nicht das Dior. Das hat für den Luxcode am größten Ganzen nicht. Die zehn Menschen. Das ist ja am Anfang alljahrs dabei. Ich hatte die Chance für drei Jahre, das Dürfen zu malen. Das war ein riesiges Jahr. Ja. Okay, cool. Was gibt es denn alles von dir? Was von mir gibt es, ich sage mal so, ich muss nicht nur die Comics, wie die einen auch an den Heften oder so. Ich bin nicht so spezialisiert. Oder ich weiß, mich begeistert von den Bandshirts, weißt du. Das ist immer so, wie ich immer so auf CD-Coveren oder so. Und die Bandshirts. Zehn Leute, der muss so viel und mehr keinen weiß, wie in der Hand steht. Und das ist das, was von mir späßt. Das ist nicht so. Aber ich finde, dass die und die anderen Gruppen, national und international, wo ich malen. Und wir gucken, was daraus geht. Ob es mich groß geht oder nicht. Weil alle einzelnen Bands oder so gute Klang-Bands sind immer flott, wenn du das Resultat gesagt hast, dass du geholt geht. Aber du denkst, dass du ein Sticker oder ein CD hast. Das ist flott. Cool. Dann... Ja. Ja, ungeil. Also... Wir wollen uns ja fertig machen. Wir wollen das nächste Interview machen. Mal dann... Wenn du eben nicht mehr schätzen willst, dann machen wir wirklich den Schluss. Mal dann... Und so ein Spaß für das Interview, für das ganz Klang, dann knackigte Interview. Auch noch viel Spaß, ob der Lux kommt. So eine Merci. Okay, viel Spaß noch. Ich mag dich, wenn du da drauf kostenl. Du bist auch nicht mehr niin, das ist ein weiss. So eine Vielmehrin. Und das ist mir gefallen, dann schaue ich einfach zu. Es ist mir gefallen. Und das ist mir gefallen, also ein Weiss. dass du den Wegstuhl/. Dann kannst du dich einmal bounce, Dann kannst du dich nur enseñ. Untertitelung des ZDF, 2020